Cyberpunk 2077 war zum Release besser als viele behaupten, sagt CD Projekt. Diablo 4 kriegt endlich einen viel erwarteten Patch und es gab überraschend neues Gameplay zu D-Sims 5. Heute ist der 28.06.2023. Ich würd euch gerne sagen, wo ich mein Hemd aus der letzten Folge gekauft hab, aber das war irgendein Straßenladen auf Corfu und ich hab absolut keine Ahnung mehr welcher. Naja. Jedenfalls kommen hier die News mit Jules. Der CD Projekt-Communications-Chef Michael Plattkopf-Gielewski hat sich gegenüber der Seite gamesindustry.biz noch einmal zum problematischen Launch von Cyberpunk 2077 geäußert. Während er durchaus einsieht, dass das Spiel in einem verbesserungswürdigen Zustand erschienen ist, sagt er auch, dass Cyberpunk zum Release besser war, als viele behauptet haben. Auch die ersten Reviews seien positiv gewesen, bis es dann irgendwann cool geworden sei, das Spiel zu hassen und dagegen zu schießen. Das Momentum sei ab diesem Moment komplett geschifftet, was sehr schwierig für das Team war, die jedoch nie gebrochen waren, sondern immer motiviert waren, das Spiel noch weiter zu verbessern. Cyberpunk 2077 erschien Ende 2020 mit einer ganzen Reihe von technischen Problemen, vor allem in der PS4- und Xbox One-Version, die vor Release nicht gezeigt wurden und sich als besonders problematisch herausstellten. Das führte dazu, dass Sony das Spiel vorübergehend aus dem Playstation-Store entfernte und Investoren den Publisher verklagten, weil sie sich bezüglich der Produktqualität in die Irre geführt fühlten. Im Juni 2021 war das Spiel dann in den Playstation Store zurückgekehrt, als es laut CD Projekt ein zufriedenstellendes Qualitätslevel erreicht hatte. Mit Phantom Liberty soll im September jetzt nicht nur eine große Story-Erweiterung kommen, sondern auch eine umfassende Überarbeitung vieler Kernmechaniken des Basisspiels. Platkow-Gilewski betont seine Hoffnung, mit Phantom Liberty ein großes Stück an Vertrauen zurückzugewinnen, das man durch den verkorksten Release eingebüßt hatte. Für Diablo 4 ist Dienstagabend ein sehr umfangreicher Patch erschienen. Version 1.0.3 behebt nicht nur zahlreiche Fehler, sondern dürfte viele Fans vor allem freuen, weil er einem gängigen Kritikpunkt entgegenwirken soll. Dieser war bisher, dass es im Endgame, besonders ab Level 70, zu schwierig ist, genug XP zu bekommen, um in angemessener Zeit im Level aufzusteigen. Dem will Blizzard nun entgegenwirken. Dazu wurde unter anderem an den Alptraum-Dungeons geschraubt. Für den Abschluss der Dungeons, aber auch für das Schnetzeln von Monstern in selbigen, soll es künftig mehr Erfahrung geben. Ihr könnt euch außerdem jetzt direkt auf der Karte zu euren Alptraum-Dungeons teleportieren. Mehr Erfahrungspunkte lassen sich künftig aber auch durch weitere Endgame-Aktivitäten verdienen. Das gilt nämlich auch für das Öffnen von Höllenflut-Truhen. Zudem sollen wandelnde Höllenflut-Bosse öfter richtig hochwertige Beute droppen. Und die Stufenanforderung für das Öffnen der wöchentlichen Bonus-Truhen von Weltbossen wurde auch gestrichen. Zudem wurden eine ganze Reihe von Fehlern behoben, die sowohl das Spielen alleine als auch den Koop betreffen. Auch an der Benutzeroberfläche wurde nochmal geschraubt. Die vollständigen Patch-Notes findet ihr bei den Kollegen von GamePro, den Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Project René, besser bekannt als The Sims 5, hat überraschend ein paar weitere Einblicke präsentiert. Im Livestream von EA ging es eigentlich um die Erweiterung Horse Ranch für The Sims 4, aber eben auch ein bisschen um den kommenden Nachfolger. Zum Beispiel wurde eine frühe Version der Nachbarschaften gezeigt, außerdem gab es Details zur Beleuchtung, Haartools und Animationen. Was im Video zu sehen ist, sind natürlich noch nicht die finalen Sims-Nachbarschaften, in dieser frühen Version schweben noch Among Us-Figuren durch die Gegend. Aber der Prototyp ist trotzdem ein spannender Einblick, zum Beispiel sind schon bestimmte Gebäude zu erkennen, etwa ein Bistro und ein mehrstöckiges Büro. Später geht es kurz um Haarstyling. In The Sims 5 sollen euch mehr Tools denn je zur Verfügung stehen, um eure Sims-Frisuren nach Belieben anzupassen. Im Video sind freigestaltbare Farbverläufe zu sehen, danach sprechen die Entwickler kurz über die Beleuchtung von The Sims 5, die besonders viel zur Stimmung beitragen soll. Das Spiel bekommt erneut einen Tag-Nacht-Zyklus, der ganz kurz zu sehen ist. Außerdem sind unterschiedlich beleuchtete Innenräume zu sehen. Anschließend spricht Animation Director Navav darüber, wie die Sims zum Leben erweckt werden. Die Animationen sollen unter dem Motto Read the Room stehen. Das heißt konkret, eure Sims sollen mit ihrer Körpersprache zeigen, wie sie sich fühlen. Ein unsicherer Sim schüttelt anders Hände als ein selbstsicherer Sim. BioWare hat bestätigt, dass es beim Studiowechsel von Star Wars The Old Republic zu Entlassungen kommen wird. Das zwölf Jahre alte MMORPG wird bald an das Entwicklerstudio Broadsword übertragen, ein Unternehmen, das bereits bei den klassischen MMOs Ultima Online und Dark Age of Camelot mit EA verpartnert ist und sich dort um den weiteren Support kümmert. Broadsword-Präsident Rob Denton hat außerdem direkte Erfahrungen mit The Old Republic und war zum Launch noch bei EA selbst beschäftigt. Während die meisten der aktuellen Entwickler Rollen bei Broadsword-Angeboten bekommen sollen, werden leider nicht alle von ihnen bleiben können, was BioWare General Manager Gary McKay als den schwersten Teil dieser Übergabe bezeichnet. Man sei aber überzeugt, dass dies die beste Lösung für die Community und das Spiel sei. Mit BioWare wolle man sich künftig nur noch auf zwei Haupt-Franchises fokussieren, Mass Effect und Dragon Age. Man sei fokussiert darauf, immersive und emotional aufgeladene Singleplayer-Erfahrungen zu schaffen. Bei Dragon Age Dreadwolf sei man dabei, eine außergewöhnliche Erfahrung zu schaffen und zu polischen, während Mass Effect sich weiterhin in der Pre-Production mit einem Team alteingesessener Storyteller befände. Hoffen wir, dass BioWare die Rückkehr zu alter Größe gelingt. Im Zuge der aktuellen Microsoft-Gerichtsverhandlungen kommen zahlreiche Informationen an die Öffentlichkeit, die so unter normalen Bedingungen vielleicht noch nicht für unsere Ohren bestimmt gewesen wären. Die FTC Discovery hat nämlich einige Mails veröffentlicht, aus denen einige unangekündigte Spiele hervorgehen. Eines davon ist DayZ 2, das bei Bohemia Interactive entsteht. Der Entwickler arbeitet demnach gerade an drei Spielen, Arma Reforged, Arma 4 und DayZ 2. Die beiden erstgenannten waren bereits bekannt, das dritte ist jedoch eine Überraschung. Es liegt also nahe, dass wir nach dem Release von Arma 4 irgendwann ein DayZ 2 bekommen, wir halten euch da natürlich auf dem Laufenden. Und das waren die heutigen News, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ich gerade so rausgucke, scheint das mit dem Abo-Button und der Abkühlung ja ganz gut geklappt zu haben. Danke auch, dass ihr Paul gestern so freundlich empfangen habt. Wenn ihr mögt, dann klickt hier für unsere große Release-Vorschau für den Juli. Bis morgen und denkt immer dran, ihr seid wunderschön, lasst euch niemals von irgendwem etwas anderes erzählen, euer Jules. Ich bin dran, ihr seid wunderschön, das recibirbt, bis heute nachdem RНу. Nummer. Nummer. Amen.